Herzlich Willkommen zurück bei Dead by Daylight immer noch mit Hendrik und Leonhard, Johannes ist noch im Urlaub, immer noch, und es geht los, eine Minute, zwei Minuten, ne, fünf Jahre, Hendrik wir machen das jetzt, tausend Sekunden, ja ok, nichts wird dir gemacht, jetzt kommt der kleine, jetzt kommt der kleine Murderer, und der fickt die Idee ab, ja, na, ja, darauf stehe ich aber nicht, nasal, alles klar, eine Kombination aus, Sinn, an, einander gereimten Wörtern, ok, ne, waren keine Reim, aber egal, das hier wird nicht, ich passe das Ding einmal an, lass los, weil ich einen Herzschlag höre, wo denn, hinter mir, und deine Kackpaletten, alter, ich stehe auf Paletten, äh, ich stehe, ah, ich stehe, du stehst drauf, ja? Nein, 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 bitch, oh, ich hab geschlafen, nein, mach jetzt, na, ich mach, nee, nee, ich bin raus, Hendrik jetzt, mach das, man, easy, Hendrik, du kannst das, ja, hier ist der Haken, bitteschön, fick dich, na, ich würde dir ficken, auch Hendrik, fünf Prozent, fünf Prozent, wickel, fünf Prozent, oder mach irgendwas anderes, was habt ihr denn immer mit euren fünf Prozent, verfickte Kacke, ja, das ist eine fünf Prozent Chance, dass du von dem Haken runterkommst, also, den hab ich dir schon einmal bekommen, TIP, schweig, hör mal mir und hör mal hörst. RETTE MICH! Hallo Leo. Komm doch zu mir! Ach, vor mir ist eine Bärnpfanne, brauch ich auch fassen. Oh, 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 oh. Er hat mich erwischt, er hat mich erwischt, er hat mich erwischt, er hat mich erwischt, er hat mich erwischt... Okay, Philipp stellt einen Report auf. Ja easy. Ach du scheiße! Ach du scheiße! Jawoll! Schrocken verfickte Kacke, Alter. Ja, aber ohne spaß, Alter. wieso ich dachte wenigstens bleibst einmal stehen Junge warum soll ich denn da stehen bleiben ja weiß ich nicht damit erwartet ja dann kriegst du einen Generator an das ist ja dumm ja aber ich hätt ihn ja auch dann retten können ich hätte ja gar nicht bei einem Generator sein können das waren jetzt 3 Minuten 40 easy machen wir noch eine hinterher machen wir noch eine Runde zickzack rüber ab ich krieg den Raster so nächste Runde hinterher ja okay wir müssen das jetzt machen ich hab jetzt ne Taktik also da wird er mich nützt hast du du hast ja nützt das vielleicht knall aber mehr nicht halt die Fresse Junge ich glaube es hackt bei dir haben wir sehen da sträht er in der Mitte so lang links ach ne Kettensäge ne Kettensäge na dann dann ist ja alles easy im Prinzip oder ne dann ist ja alles in Butter ja hier wird nicht am Generator getüftet hallo kleiner Junge man hast du gehört alter ne hab ich nicht gehört ja den gleichen Haken in der Nähe ah man wieso stellst du dich in den Schrank ich dachte das wär mal besser ich hab immer keinen Bock dann ewig rum zu rennen hey ich struggle Leo nicht 5% versuchen alles klar aber er ist noch bei mir ne weil er ist bei mir gerade gewesen du musst jetzt gleich strugglen ja ich struggle er ist noch er ist noch auch zu Hendrik auch Hendrik wie hast du das jetzt ach du hast einen angemacht Hendrik du bist eine geile Sau hä du hast überhaupt keinen angemacht ja doch stehen doch nur 3 stehen doch nur noch 2 da die er anmachen muss und ein oder feiertür da noch was sind die scheiße oh ich weiß wo er ihn geht ist er wieder bei dir noch nicht aber ich höre seine Kettensäge ja das ist mir egal das ist mir egal jetzt höre ich langsam das Herz klopfen LET'S GO BILZ RENN Du bist eine dumme Fatze ich wusste es ERKOMTT NUDT ERKOMMgue MADE besonderte minuten mit den hessischen paletten wer macht eigentlich hinter mir irgendwelche geräusche was soll denn das so macht man das generatoren machen und dann den retten ja gibt mein bestes dankeschön in der stelle oder haben das nur noch mal verfolgen hat ein nasenbluten er bleibt stehen der ist ein bisschen doof jetzt ich weiß nicht wo ein dreck ist wir haben es auch stehen das ist scheiße ja gut dann gehe ich weg hat halt nasenbluten mal alle mal stehen bleiben ach so stehen bleiben b weiter geht's stücken papier in der nase weiter geht's wir waren noch nie ready er weiß halt wo ich bin bist du geblendet bitch siehst aus siehst hässlich aus du bist geblendet von deinem platin schmuck die scheiße bist du geblendet nein du musst mir länger ins gesicht leuchten du müll alter jetzt stecken ich jetzt bleibt doch stehen was ist denn jetzt hier los Leo macht doch mal was ja ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht ach du scheiße ich guck einmal nach hinten ich kann keinen generator machen der hat mich das nicht angezeigt ne leo hat doch nicht vielleicht brauchst du keinen generator haaa ich häng ich häng ich häng so jeder war jetzt schon mal am abhängen 1 a potzen hallo leo 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 nein leo nein ich kann dir noch nicht helfen das muss sein kann nicht wahr sein kann nicht wahr sein da nein mann hendrik macht das ich konnte den scheiß generator grad nicht anmachen oh gib mir infos er hat mir das hier angezeigt ich häng bei ihm drüber äh hat er dich ja aufm rücken ja er hat mich aufm rücken ja der hat mich am haken ich hab hier endlich danke und instant tot hendrik du musst das jetzt achso du bist tot ja ich bin tot direkt Mann das ging auch schon mal hat er crane hat erאן ich verstehe es nicht hat der dich ja ich hab da text hat er text ja habe ich auch das hat er hendrik wo bist du denn ich suche dich ich möchte heute noch etwas essen was das soja oh ich hab grad wo art was alter giga legt das tod ich habe jetzt nur 9 fs besser für mich okay ich glaube das spiel hat sich gerade ein bisschen abgegangen aus meiner perspektive hart am arbeiten hier mal wieder ja ja weil ein spielgrad übrigens am abkacken ja dabei waren jetzt ungefähr so zwei minuten dazwischen wir mussten uns erst noch entscheiden bei minuten übertreibt man übrigens ich bin schon tot und das ist ja die sicht von hendrik also immer so scheiß jetzt die schätze weg ich lege rum hendrik nicht abhauen genau 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 links 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 hinter dir ach du scheiße ich weiß wo er ist hast du ein schwein das du bei den ganzen paletten rum rennt jetzt habe ich wieder 36 fs weil du mir die pfeil hätte in die fresse gehauen aber hendrik jetzt 30 zusammen und mir die pfeil hätte in die fresse und alles ist ok hier 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 Oh, wie das? Eintrik, was machst du denn jetzt? Ei, ei, bitte. Jawoll, jawoll, alter. Wusste, dass du durch die Luke gehst? So eine Scheiße. Sehr, sehr geil, Hendrik. Sehr, sehr geil. Hat es jetzt für eine Folge gereicht? Alter, 20.000 Punkte. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi.